Heinz-Christian Strache heiratet seine Lebensgefährtin Philippa Beck. Nur der engste Familien- und Freundeskreis ist eingeladen, um gemeinsam mit dem Paar im Branddauerhof in Weißenkirchen bei Krems zu feiern. Es ist ein Verwirrspiel. Philippa Beck bestätigt zuerst OE24 TV nur, sie und Strache hätten sich verlobt. Und es finde nur eine Verlobungsfeier statt. Doch dieses Foto der Braut ganz in Weiß beweist das Gegenteil. Es gab ganz offensichtlich eine Trauung. Die große Hochzeit soll laut Philippa aber erst im Sommer 2017 stattfinden. Schon vor Wochen berichtet die Tageszeitung Österreich über eine bevorstehende Trauung der beiden. H.C. Strache dementiert damals noch. Jetzt gibt es kein Leugnen mehr. Im Gegensatz zu seiner frisch Angetrauten hat der FPÖ-Politiker schon Erfahrung mit der Ehe. Für ihn ist es der zweite Punkt des Lebens. Von 1999 bis 2006 ist er mit der Gastronomentochter Daniela Plachutter verheiratet. Aus dieser Ehe stammen zwei Kinder, Heidi und Tristan. Aber wer ist die Frau, die das Herz des als knallhart bekannten Rechtspolitikers im Sturm erobert hat? Philippa Beck ist 28 Jahre jung und arbeitet erfolgreich als Model und Moderatorin. Mit 19 Jahren gewinnt sie den Madonna-Model-Contest. Später arbeitet die attraktive Blondine für das Team Stronach, kehrt der Politik aber bald wieder den Rücken zu. Heinz-Christian Strache und seine Philippa sind seit Sommer 2015 ein Paar. Erst Anfang 2016 machen sie ihre Liebe öffentlich.